Liebe Natalia, wir freuen uns jetzt auf einen ganz besonderen Gast und ich weiß, dass Sie den auch sehr schätzen. Wir werden darüber sprechen, auf jeden Fall. Denn wir hatten schon das Vergnügen, wir haben ihn heute schon auf der Bühne erlebt, gemeinsam mit Angelika Milster. Und jetzt hören wir ihn noch einmal mit einem wunderschönen Weihnachts-Song, den Sie sicherlich alle kennen. Und er singt ihn heute für uns auf Deutsch. Und dann werden wir reden. Hier ist Thomas Anders. Endlich wieder Weihnachtszeit, die Nerven liegen so schön blank. Egal ob's regnet oder schneit, treffen uns am Glühbeinstand. Wir vergessen unsere Nächste nicht, kaufen all die Läden leer. Die ganze Stadt versinkt heute Nacht im Lichtermeer. Du gehst durch den Dezember mit einem Lied im Ohr. Do they know it's Christmastime at all? Wir feiern unsere Feste, sind zusammen nicht allein. Und an solchen Feiertagen kann schon ein Kuss das Größte sein. Statt Abschied, eine Umarmung, keiner ist für sich allein. Und auf all den Feiern von hier bis nach Monrovia. Denken wir daran, in dieser Stelle nahm. Do they know it's Christmastime at all? Heal your world Do they know it's Christmastime at all? Do they know it's Christmastime at all? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Thomas Anders, meine Damen und Herren, eine so schöne Version, 1984, wir wissen es alle, Band Aid, von Bob Geldof, nimm Platz, so meine Damen und Herren, was Sie jetzt sehen, das ist eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für Natalia, ich weiß was, sie verehrt dich so sehr, weil, du warst ja immer schon in Kiew zum Beispiel unterwegs und so mit Modern Talking früher und da war sie noch ein bisschen kleiner und dann warst du ihr Held und dann hat sie deine Lieder nachgesungen mit der Haarspraydose in der Hand. Ja, hat sie mir gesagt, als sie hörte, dass du zu Gast bist zu Weihnachten, hat sie gesagt, das ist ein Weihnachtstraum, der in Erfüllung geht, was sagst du jetzt? Sie hätte mich anrufen können. Hallo Thomas, du warst immer mein großer Traum, meine erste Liebe und Vorbild. Hör dir das mal an. Ja, kannst du mal sehen. Naja, aber mit Vitali hat sie es auch ganz gut getroffen. Absolut. Er singt nicht, aber ich bin extra jetzt. Er ist schlagkräftig, sagen wir es mal so. Recht. Ja, ich bin extra jetzt. Ich bin extra jetzt.